Hallo liebe Freunde, wir sind in dieser Woche von Du hast die Macht unterwegs in Berlin, weil wir herausfinden möchten, was Jugendliche in ihrer Freizeit so treiben können. PKB 65, Prinzenkolonie Berlin! Deswegen sind wir heute in Wedding beim Musikprojekt Kings of Kids. Ihre größten Stars sind PKB 65 und die schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mit! PKB-Kontraxions Mach das weiter, sag es weiter, meine Stimme ist sexy, doch da musst du rein. Mein Name ist Hamoudi65. Mein Name ist 41. Ich bin's Ali Graphics. Mein Name ist Prue65. Mein Name ist Mehmetz, kennt mich auch Memo nennen, aber mein Rappername ist Packed Up. Ich habe Perspektiven, ich habe Perfekt, also bitte, bitte nicht verlieben. Also ihr macht hier mit beim Projekt Kings of Kids. Seid ihr nicht ein bisschen zu klein für Kings? Nö, eigentlich nicht, weil hier ist es eigentlich normal im Wedding, dass man mit 13, 14, 15 ein bisschen schon viel zu sagen hat. Also Kings steht, also wir sind Kings im Musikbereich, also nicht jetzt hier auf der Straße oder so. Neue Era, das ist ein scheiß Leben, das ist ein scheiß Viertel. Meine Idee kriminell, wüsstest an deine Gürtel, Kopf hoch Wedding. Na ihr habt auch ein Video gemacht, Kopf hoch Wedding. Worum geht's da genau? Dass die meisten sich hier nicht integrieren, also viele wollen es, aber packen es nicht. So voll viele sind hier auf der Straße und bauen Scheiße und wir wollten halt nicht mehr dazugehören und haben ein Lied drum gemacht. Was wollt ihr den Menschen mitzeigen? Dass wir mit 15 ein Talent haben. Wir haben wenigstens ein Hobby, also nicht wie die hier auf der Straße, die gammeln rum, versuchen hier auf illegale Weise ihr Geld zu machen. Wenn wir Langeweile haben, vielleicht nehmen wir ein Lied auf, vielleicht schreiben wir Texte zusammen. So untereinander so. Nicht so wie viele stehen hier so auf der Straße, haben keine Hobbys machen. Was schafft ihr denn mit der Musik? Warum habt ihr euch für die Musik entschieden? Viele Deutsche sozusagen haben was gegen Ausländer, Sarrazin zum Beispiel. Wir rappen gegen den Staat, für den Staat, also kommt drauf an, darum. Rap ist eine Botschaft für uns, also mit Rap können wir vieles den Leuten erzählen. Zum Beispiel wie unsere Vergangenheit, was wir erlebt haben, was wir erleben, was wir wollen. Ziele. Prinzenkolonie Berlin, komm zu meiner Kolonie, Prinzen über ganz Berlin, PKB hat jetzt gesiegt. Ich hör auf gar keinen, ich komm und ich platz rein, PKB auf Platz 1, wir komm und du packst ein. Also was sind eure Ziele, was willst du machen später vielleicht, wenn du nicht irgendwie in die Rapschiene gehst, sondern eine andere Sache machen möchtest? So auf jeden Fall ist Rap mein Plan B. Mein Plan A ist zuerst mal die Schule erfolgreich weiterzumachen, einen Abschluss zu kriegen. Alles klar, bei euch allen das gleiche oder? Ja, genau. Ja, ich will mein Abitur machen. Ja, und dann willst du studieren, wie sieht's aus? Ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte ein Kriminalpolizist werden. Alles klar. Und ja. Und dann vielleicht hier im Wedding arbeiten? Ja, im Wedding arbeiten und die Jungs hier mal richtig erziehen. Also Jan ist hier der Projektleiter von Kings of Kids. Jan, angenommen, ich hab Lust Musik zu machen, ich hab Lust mich zu beteiligen, hier im Wedding. Was kann ich machen? Also entgegen der Vorstellung ist jetzt so, dass man keinen Antrag ausfüllen muss, um dazu zu hören, sondern man kommt einfach vorbei, sagt, was man vorhat und dann finden wir Möglichkeiten, das zu machen. Also viele kommen, wollen Beats herstellen, dann gibt's einen Workshop, wo man das machen kann. Viele wollen rappen lernen, da haben wir zwei sehr talentierte Rapper, die sich mit den Kids hinsetzen oder die wollen ein Video drehen oder wollen vielleicht sogar lernen, wie man ein Video dreht. Dann ist auch das möglich hier. Also ihr Lieben, PKB 65 hat's vorgemacht. Also nicht zu Hause sitzen oder einfach nur rumgammeln, geht raus. Es gibt Projekte wie Kings of Kids und Macht mit Dan. Ihr habt die Macht.